Willkommen zurück zu Super Mario Kart. Also sind wir jetzt in der 22. Minute in meinem Fußball? Wir machen genau weiter, wo wir aufgehört haben. Geil, Luigi war dritter. Und zwar kommt jetzt Vanilla Lake 2, oder 2, keine Ahnung, glaube ich. Und ich kann mir... 3, oder? 2, ich weiß nicht. Ich kann mir einen 2. Platz leisten. Wir waren dritten, aber dann müsste ich dann auf Rambo noch beginnen. Also wenn ich jetzt zweimal 2. werde, dann hab ich... Aber die Streit ist eigentlich... Scheiße, ich hab kein Save-State genannt. Fuck, fuck. Setz einfach gleich ein. Setz jetzt irgendwie gleich bei Start und Ziel. Also jetzt. Wie das? Wirst du da hin? Ja, jetzt. Ja, genau. Theoretisch, ich will doch einfach mein Leben abwunden. Du weißt ja, das passt ja alles. Also hier wird ja nicht unbedingt verdammt. Oh, fuck. Komm mir den Geil aus. Geil. Ja. Scheiße, ich hab meine Wette verloren. Oh, Gott. Ey, fuck. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. Ja. Wieder Lars. Ich hab's 3-0 verpasst. Das ist los. Was ist das... Äh, das hab ich doch gezielt. Ach so, ich hab... Ich hab... Ja. Welches? Keine Ahnung. Ich glaub's 2-0, 3-0. Also ich glaub du meinst, das bereust die Tore. Das zweite. Ja, das hab ich ja mit. Nein. 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 Und weiter geht's. Von der zweiten Runde. Die erste Runde war ja schon so gut, wie sie noch nie zuvor gewesen ist. Auf jeden Fall, bitte. Ich verstehe nicht, warum die Strecke es hier so scheiße gemacht ist. Dass du da durch Aufbau und irgendwie durchfahren musst. Oh, ich hör du an der Ecke. Ja und du hast deine Wette verloren, aber du hast ja gesagt, deine Oma hat... Die hat 2-1 gewettet und ich denk, da bist du ein Stück weit näher dran. Ja, aber wir hätten ja nichts. Also man wettet mit einer Oma... Oh, meine Oma ist die Beste, ey. Das glaubst du nicht. Ey, jetzt ist voll wie nörd. Anna schreibt die ganze Zeit immer... ...kopfwürdig und so Smilies und so. Wäschern, ne? Smilies, ne? Und die andere ist traurig. Nein, 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 nein. Fahr, 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 fahr zu, fahr zu. Na, du, ne? Komm, komm, bitte, bitte, bitte. Lass mich zu scheiß hellen jetzt. Das war's. Ja, Mann, echt? Ich... Ja, man, echt? Oh man, da wird ja der Port nur übel kurz. Naja, wenn wir jetzt Frambo-Rot noch hinterher draußen waren, dann fehlt's nicht. Ich fehle Frambo-Rot nicht, ich muss nur Viertler werden. Ja, aber Philipp, du musst erst mal Viertlern. Ah, okay. Vergiss den Save-State nicht. Das ist hier... Ich finde, sie ist schon schwer, aber wenn man nicht trifft, wenig trifft, dass die guten. Du kannst in Anrufen. Kannst du manche Fruten schon trifft? Aber der nicht. Das ist so gut. Das muss ich nur merken. Aber ich hatte, dass man diese komische Sprung rütteln nicht zu. Das muss ein paar Euro vorbeikommen. Oh, Philipp, du bist schon... Ach ja, 26. Minute. Ja, ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht schlecht. Ich bin doch nicht schlecht. So, ne? Guck mal ein... Guck mal ein... Ich mein... Nur man hat eigentlich mein Facebook-Geschne, oder? Weiß ich nicht. Nein, ich glaub, ich hab ja Kopfhörer noch nicht. Nein! Oh, sag du so ein... Ich könnt ihn mir zum Kopf einhauen, ey. Warum bin ich letzter? Hallo, da ist doch irgendwas falsch. Nö, ist doch richtig. Höh... Zwei... Und wie leuchtet... Ach, ich wollte noch gucken, ob bei den... Bei Super Mario... äh, Super Mario... äh... Ah, kein Super 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 mit wegen dem Ding jetzt da. Den... Den Einzugs, das ist ja gut. Ich hol das gleich mal her. Das ist aber gerade... Schock. Ich mag die Musik an der Schock, ah. Aber generell die Mario, die... Die... Die Lenkruppe ist geil. Wenn man den Schock durchskillt, wenn er noch runterfällt, hat er nur ein bisschen was gefahren. Ja. Aber ich muss noch Maler... Philipp, können wir eventuell... Also hast du was dagegen, wenn wir den... CW gegen G37 verschieben? Komm, kommt noch Bahn auf Bahn. Das weiß ich selber noch nicht. Aber ich muss ihn wohl verschieben. Weil ich leider noch keine Zeit hab dann... Im Sonntag. Und ich ja... Also... Aber dann sagst du das G37. Ja, ich mach das. Weil... Wenn wir den G37 fahren, dann will ich auf jeden Fall mitfahren. Ja. 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 Ich muss einfach schreiben. Irgendwie scheint die ganze Zeit aus, ob er dann beschreibt. Ich will das jetzt schocken. Es ist ganz Zeit. Oh, Mann. 4-0, 30 Minuten mit dem Spiel, das ist doch... das ist doch Ecuador, ey. Ach, Philip. Ich denke, du musst dann nicht wüsper sein. Welche Runde? Ist egal, ich bin in den Trumpen. Oh, Mann. Du warst immer... Hanno, wie war, bist du gekommen, 2 Meter und bist dann mal hinten gefallen? Ja. Ich kann's halt. Na, so kurz ist der Gott noch nie. Nee, ist noch nicht. Du musst bedenken, der irgendwo hat halt seine Zeit. Oh, er könnte dabei gesitzt. Und jetzt nicht mehr. Oh, wir reden so scheiße, ne? Dein Fußball-Livestream, ja. Wenn das Video hochgeladen ist, irgendwie doch kein Livestream mehr ist. Philipp, wie auch haben wir das schon gemerkt. Oh, Philipp, will schon wieder. Ich brauche doch nur einen vierten Platz, aber den gönnen wir noch nicht. Den Special-Kampf habe ich schon mal ohne Safestates geschafft. Kaum zu glauben, oder? Ich brauche doch nicht. Habe ich auch geschafft. Auf dem originalen SNES kann ich dir zeigen, ja, ich hab's überstanden. Aber hier nicht. Ich sag irgendwie immer S-NES und nicht SNES, ich weiß auch nicht. Ich hab wohl auch immer S-NES gesagt. Hallo, Steakladen. Ich hab auf Steakladen. Ich dachte, er wird was Steak setzen, Lu. Alter. Ich hab irgendwie mein NES, das ist sowieso bestes. Ist so ne Scheiß. Ich sag, ob ich mir auch einen Emulator für ein NES, Lu. Ach, das ist ein süß Super Mario Bros. Was ist denn, das ist noch Allstars oder alles drauf? Super Mario Bros. oder Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3. Ah, dann muss ich mir das, äh, für einen SNES als Prom. Habe ich auch für den Winnie. Also, jetzt auf jeden Fall, das und das und das und das und das. Also, dieses Special, als ich 25 Jahre habe, da habe ich zum Ostrom 18 zu, äh, einer bekommen. Du darfst hier nicht driften. Das ist dein Tod, ey, Mara. Ja, ich drifte ja auch nicht. Ja, ich will nicht driften. Weil ich, weil ich jetzt Angst habe, dass ich, dass ich zu lahm bin. Wieso, ich bin halt Bruder. Äh, ich bin halt, ich bin... Ich bin halt, ich bin... Ja, genau, genau. Du bist du mir. Das ist sowieso. Nee, das ist so sch... Du, Eji, glaubt damit, hör auf in den Scheiß. Nimm die... Nimm die Finger weg davon, Scheiß. Danke, Yoshi, für mich angeschnitten. Typen Mario Bros. vorne, das kann ja nicht angehen. Mario Bros. Combo. Kann ja nicht angehen, ja. Das ist so schief, oder? Du bist so schief, oder? Ich bin halt noch mal... Du bist so schief, oder? Du bist so schief, oder? So, so muss das. Nicht. Ich werde jetzt den ersten Platz, Junge. Das ist gut für die Ehre. Und von uns 150, damit ich... ... dafür die Standzeiten nicht einkart. Tja, Alter. Boah, ich steh grad an die Super Mario 4... äh, ah, Mario Kart 460 bei Lovie von Rainbow. Aber das geht gar nicht. Ach man, ich bin ja zwei. Ja, hallo! Falls das irgendjemand sieht. Ich glaub nicht, dass das jemand sieht in dieses Video. Aber falls das irgendjemand sieht und auch bis hier den... Äh? Schreibt mal eure Lieblings-Brain-Go-Rote, die kommt da wieder. Was ist das? Vielleicht, vielleicht, vielleicht später werden wir unsere 8 Milliarden Abos sagen. Hier mal rein, unser erstes Let's Play. Und dann sehen sie, wie schlecht wir waren. Ja, ja, ja gut, das ist unser erstes wichtiges Let's Play. Das andere ist ja eigentlich relativ von Online-Parts und so. So, bisschen coole Musik drüber gelegt. Und das Play-View hab ich abgebrochen. Ich fang mit Ende. Ja? Ja, hab ich auch schon, hab ich auch schon, ähm... Das Spiel-Video ist, äh? Nein, die lässt sich nicht, die letzte oben, aber ich, äh, mach nicht weiter. Ach so, was richtig ist? Ja. Das hab ich auch gesagt. Oh, das hat unser Kerl. Ich hab ja das nicht bei dir angekommen. Du kennst dich nicht aus. Du kennst dich nicht aus. Du kennst dich nicht aus. Du kennst dich nur auf meinem eigenen Kanal, was ja alles. So, DAS war's jetzt. Endgültig. Sie können's wegschalten. Aus. Yay. Musst euch den Scheiß nicht mehr reinziehen. Ja, das wird endgültig genug. Ihr seid jetzt, äh... Gehirn gewascht. Keine Ahnung, wie das genannt wird. Danke fürs zu gucken und danke für die Views. Gebt noch einen Daumen. Ey, du wächtet mir nicht. Ja, du wächtet mir doch nicht. Ach, du wächtet mir doch nicht. Ach, du wächtet. Bis dann. Ich freu mich schon richtig auf 150. Bis dann und... Ciao.